So, herzlich willkommen zurück auf den YouTube-Kanal von mir und damit herzlich willkommen zu den, ja, Miniclips. Heute sehen wir Forza 5. Ich habe gedacht, ich zeige mal so ein paar Designs von meinen Autos. Und ich fange heute an mit meinem kleinen Nissan Fairlady. Ja, was kann ich euch großartig erklären? Ich lasse hier einfach mal so ein bisschen diese Option laufen, dass man das Auto einfach mal so von allen Seiten sieht. Und effizient für das Design habe ich ungefähr 4 bis 5 Arbeitsstunden gehabt. Das Ganze ist ein Airbrush-Design, wie ihr vielleicht auch schon sehen könnt. Ich habe so ein paar Sterne hinzugefügt, die ins Weiß-Blaue überlaufen, somit in die blaue Lackierung reingehen. Das Ganze noch die Konturen weicher gesetzt und noch ein paar 3D-Elemente mit eingefügt, die das Ganze noch ein bisschen, ja, lebendiger wirken lassen. Wie ihr das seht hier an der Motorhaube da zum Beispiel, das Ganze wirkt halt alles wie aus einem Guss. Und mir gefällt es ganz gut. Was meint ihr dazu? Ansonsten sehen wir uns einfach wieder in dem nächsten Miniclip von mir. Also bis dahin, macht's gut. Euer Sonne G bei Entergayment. Und da geht's gut. Ich glaube, das Ganze mit dem Rundfunk. Vielen Dank.